Da hat Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr dankbar, lieber Herr Annen, dass Sie etwas Sachlichkeit in diese Debatte gebracht haben und dass Sie im Großen und Ganzen ein Stück weit relativiert haben, was hier vorgetragen worden ist. Wenn man sich den Antrag der Grünen-Fraktion anschaut, dann hat er ja zunächst einmal durchaus auch positive Aspekte. Auch darauf sind die Vorredner eingegangen. Etwa wenn es darum geht, die größte humanitäre und auch Hungerkatastrophe der Welt ein Stück weit in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken und auch dafür zu sorgen, dass auch unser Haus dieses Thema diskutiert. Und was da zu diskutieren ist, das haben wir ja gehört. Da geht es in der Tat im Ergebnis um nichts anderes, als dass das seit Jahren ärmste Land der arabischen Welt im Grunde genommen zurückkatapultiert wird in die Steinzeit. Vieles, was dort passiert ist, ist angesprochen worden. Man kann jetzt auch sehen, dass nach drei Jahren Bürgerkrieg, dass nach zwei Jahren Bombardement letztlich auch das Gesundheitssystem, die Infrastruktur so zerstört ist, dass eben auch an sich heilbare und vermeidbare Krankheiten zu massenhaften Sterben führen. Es sind auch schreckliche Verbrechen, die in diesem Zusammenhang begangen werden. Etwa wenn man sehen kann, dass beispielsweise auf der Seite der Routis zehnjährige Kinder an die Waffen und an die Fronten gebracht werden, dann ist das etwas, was zum Gesamtbild eben mit dazugehört. Und was Sie in Ihrem Antrag letztens auch noch richtig erwähnen, ist die Tatsache, dass es am Ende keine militärische Lösung, sondern nur eine politische und Verhandlungslösung geben kann. Aber gerade wenn man das als richtig voraussetzt, dann muss doch klar sein, dass man sich ein Stück weit auch in die unterschiedlichen Kompetenten hineinfühlen muss, dass man auch sich anschauen muss, wo die Problemlagen liegen, damit man erst mal die Basis für Verhandlungslösungen bringen kann. Und das setzt eben voraus, dass man nicht einseitig argumentiert, sondern, glaube ich, ziemlich klarlegt, dass man es hier mit vielen Verbrechern zu tun hat. Und da ist es eben so, dass die Saudis gemeinsam mit der Hadi-Regierung natürlich Verantwortung tragen. Aber die Hadi-Regierung ist letztlich auch eine legitime und von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannte Regierung. Sie sind von den Houthis vertrieben worden. Und nicht nur von denen, die haben sich ausgerechnet mit dem früheren Machthaber Saleh verbündet, der vorher Hunderttausende Houthis verfolgt, bekämpft und ermordet hat. Und insofern muss man, glaube ich, schon auch das gesamte Bild zeichnen. Es ist eben auch richtig, dass es an der hunderte Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern auch Sicherheitsinteressen Saudi-Arabiens gibt, die es da eben auch zu respektieren gilt. Und Gleiches gilt letztlich auch für die Rolle der USA. Ich sage das auch vor dem Hintergrund des anstehenden Besuchs des amerikanischen Präsidenten. Es ist eben tatsächlich so, dass die Amerikaner da durchaus auch eine gute Rolle spielen. Wenn Sie sich beispielsweise die Geberkonferenz anschauen, die Sie angesprochen haben, wo 1,1 Milliarden Euro gesammelt worden sind, da ist alleine die Hälfte von den USA gekommen. Und wenn Sie sich dann mal anschauen, wie sich andere Weltmächte gerieren, wenn Sie sich anschauen, was China tut, wenn Sie sich anschauen, was Russland tut, dann kann ich Ihnen sagen, Sie tun einfach nichts, gar nichts. Und das gehört eben zu einem Gesamtbild auch dazu. Sie sprechen in Ihrem Antrag davon, dass man eine radikale Änderung der Jemen-Politik in Deutschland braucht. Also da frage ich mich wirklich, was sollen wir denn eigentlich ändern? Wenn man sich allein diese Woche anschaut, wo der jemenitische Premier da war, wo seit dem vergangenen Sonntag unterschiedliche Vertreter jemenitischer Gruppen und Parteien hier in Berlin darüber diskutieren, wie man Verhandlungslösungen hinbekommen kann, wo Deutschland eben gerade auch seine Position in der Region und sein Vertrauen, dass es genießt, letztlich dafür in die Waagschale wirft, zu Verhandlungslösungen zu kommen. Und wenn Sie sich darauf kaprizieren, dass Sie damit Waffenlieferungen meinen, dann ist es eben auch falsch zu behaupten, dass mit deutschen Waffen dort getötet würde. Weil da muss man sich genau anschauen, um was es denn eigentlich geht. Es geht um Patrouillenboote, es geht um Radarsysteme, die letztlich auch zum Schutz von Küsten und zum defensiven Einsatz verwendet werden. Und zur Wahrheit gehört eben auch dazu, was nicht geliefert wird, beispielsweise Bestandteile für G36-Gewehre, beispielsweise Panzerbestandteile. Also all die Dinge, die für offensive Einsätze und damit auch für Krieg, Bürgerkrieg und Morden eingesetzt werden können. Das gehört doch zu einem Gesamtbild mit dazu. Und wenn Sie das nicht berücksichtigen, dann werden Sie nie die Basis dafür schaffen, zu einer Verhandlungslösung dort zu kommen. Und nichts anderes kann das Ziel sein. Und im Hinblick auf den Besuch des amerikanischen Präsidenten hoffen wir einfach, dass er auf seinen Verteidigungsminister hört, der genau dieses statuiert hat. Es kann nur eine Verhandlungslösung geben. Und wir sind dazu bereit, auch in diesen Zeiten unseren Beitrag dazu zu leisten. Ich glaube, dass Deutschland vieles dazu beitragen kann und dieses auch tut. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen!